Ein herzliches Grüß Gott im KRONE.at Sportstudio. Ich freue mich heute allen Fußballfans ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk machen zu können. Das Weihnachtsgeschenk sieht so aus und trägt den Namen Peter Packhund und ist auch dem Anlass auch schon entsprechend gekleidet. Wunderbarer Pullover, das will ich Ihnen schon sagen. Ja, wo habe ich das Weihnachtsgeschenk für viele Fans? Bin wahnsinnig, aber viele auch. Mein persönliches jedenfalls. Ich glaube schon, dass die Zuschauer Freunde haben werden mit ihrer Anwesenheit. Bevor wir uns, das wird Sie wenig überraschen, auch ein bisschen dem Thema Rapid widmen wollen, will ich gleich mit der Tür ins Haus fallen, sollten Sie nicht eigentlich im Alltag schon den Cheftrainerposten angenommen haben und dort unterschrieben haben? So ist es ja medial kolportiert worden die letzten Tage. Es ist medial kolportiert worden. Woher das gekommen ist, keine Ahnung. Ich habe mich ja nicht daran beteiligt, an diesen Spekulationen. Es ist Gott sei Dank, ich sehe die offizielle Meldung herausgekommen von Herrn Karl-Heinz Kopf, dass der Trainer Grabe bleibt. Ich finde das auch völlig in Ordnung. Natürlich war man mit dieser Saison bei Altach in dieser Herbstsaison nicht zufrieden. Ich war ja auch beim Pokalspiel bei uns zu Hause in Leobendorf am Platz. Ich habe auch dann mit Georg Zellhofer ein bisschen gesprochen. Es war halt dieser Start unglücklich. Dann sind Verletzungen bei einer dazugekommen. Und das Ganze ist natürlich auch so, dass dieser Verein natürlich in den letzten Jahren auch für viel Euphorie gesorgt hat. Und zweiter Vizemeister war in den Europacup gespielt. Und dass das natürlich nicht immer so weitergeht, ist ganz klar. Aber natürlich hat man mit so einer Herbstsaison nicht gerechnet. Aber ich glaube, der Abschluss jetzt mit dem 6-1 gegen Hartberg hat auch doch einiges ein bisschen wieder versöhnt. Sie wissen natürlich auch, wie die Journalisten ticken. Deswegen kann ich mich mit der Antwort natürlich nicht zufrieden geben. Und versuche es jetzt noch einmal durch die Hintertür. Die viel zitierten Gespräche mit der Klubführung bei Altach hat es gegeben oder nicht? Es hat nicht ein einziges Gespräch mit irgendjemand von Altach gegeben. Das kann ich da hier hochreilig sagen. Ich weiß nicht, woher auch diese Meldungen kommen. Ich habe das zwar von Peter Linden gelesen, dass dieser Herr Rengle irgendeinen Kommentar mal irgendwo abgegeben hat. Aber das war sicher kein offizielles Statement, sondern das wird vielleicht in einem Freundeskreis gefallen sein. Aber mit mir persönlich hat niemand gesprochen. Ich sage auch so, ich bin auch derjenige noch immer, der was auch da ehrlich genug ist, weil ich einfach sage, wenn ein Trainer im Amt ist, dann hat man nicht Gespräche zum Führen. Das ist eine klare Ansage. Damit kann ich jetzt beruhigt einen Haken unter das Thema machen. Und wenn es recht ist, machen wir jetzt ganz abrupt den Wechselpass in den Osten des Landes, in die Hauptstadt nämlich. Und da zu Ihrer vielleicht immer noch emotional konnotierten Adresse, nämlich den SK Rapid. Wie verfolgen Sie denn aktuell die Geschehnisse, wenn Rapid 1 zu 6 im Derby verliert? Hängt da noch ein bisschen Ihr Herz dran? Nehmen Sie das emotional auch mit? Ich habe seit dem Sommer eigentlich fast tolle Spiele. Ich glaube nur zwei Spiele eigentlich, ich habe ja nicht live gesehen von Rapid. Und natürlich nimmt man das natürlich da als Trainer oder als ehemaliger Trainer und Spieler ganz anders auf, was da jetzt in dieser Herbstsaison passiert ist. Und vor allem natürlich dann, wenn du die Saison so beendest, wie sie jetzt geendet hat, ist das natürlich doppelt bitter. Aber das ist eben Rapid, da werden halt die Wogen hochgeglättet. Aber trotz allem darf man natürlich, oder wird man auch nicht mit dieser Herbstsaison zufrieden sein bei Rapid. Und es fallen immer wieder zwei Schlagwörter, wenn man versucht, Rapid zu analysieren, nämlich fehlende Stabilität und fehlende Konstanz. Beide schlagen ja in die gleiche Kerbe. Was haben Sie denn für eine Erklärung dafür, dass nach Erfolgserlebnissen, wie es sich ja immer wieder gegeben hat, wie zum Beispiel das 1 zu 0 gegen die Rangers, dann wieder so ein Einbruch folgt? Wie ist das zu erklären? Das ist einfach zum Erklären, dass es seit dem Saisonstart nicht so läuft, wie man es sich gerne wünscht bei Rapid. Es war von ersten Spieltag an ein Auf und Ab, dazwischen die Europa Cup-Spieler, also die Qualifikation zu der Euro-Runde, die waren auch wieder durchwachsen. Da hat man einmal erfolgreich gespielt, dann hat es wieder Probleme gegeben in den Spielen. Und das hat sich dann den ganzen Herbst auch geliefert. Man hat keine Linie eingebracht, man hat keine Stabilität eingebracht. Es ist natürlich schön, wenn man sagt, man steht jetzt in der Kau-Phase. Das ist auch toll. Das freut auch mich persönlich, weil damit ist der österreichische Fußball wieder aktuell. Wenn ich nur an die Pressekonferenz von Herrn Rangnick denke, was der in Salzburg da abgeliefert hat gegenüber der österreichischen Liga, wo es er dann selber nicht geschafft hat, in die Kau-Phase zum Kommen, gegen einen Gegner, wo man eigentlich weiterkommen muss gegen Trondheim. Und hat dann bei der Pressekonferenz gegen die Liga eigentlich gewettet und, und, und. Und dann ist es schön, wenn zwei österreichische Vereine dabei sind. Aber natürlich ist für Rapid die nationale Meisterschaft wirklich eine Katastrophe. Also du bist sechs Punkte hinter dem Blatt sechs. Und man kann eigentlich oder muss damit rechnen, dass man sicher nicht unter die ersten sechs ist. Jetzt war Peter Parkholt vor, ich glaube eineinhalb Monaten war es, zu Gast bei ServusTV. Also auch das ein Indiz dafür, dass sich die TV-Stationen um Sie reißen, weil Sie ganz gerne einmal verbales Offensivpressing an den Tag legen, wenn ich Ihnen das so unterstellen darf. Und dort haben Sie ja schon einigermaßen forsch aus allen Rohren gefeuert, wenn ich das einmal so sagen darf. Unter anderem gegen Rapid-Sportchef Freddy Pickel. Dem haben Sie nämlich unterstellt, der hätte noch keinen einzigen wirklichen gescheiten Transfer zustande gebracht oder noch keinen Spieler geholt, der der Mannschaft wirklich weitergeholfen hätte. So ist es richtig formal. Ich habe gesagt, Freddy Pickel hat jetzt drei Transferperioden gehabt und hat nicht einen Spieler, der was uns langfristig weiterhilft. Er hat sich dann in einem Interview gewehrt und hat dann auch gegen mich geschossen. Okay, muss man so akzeptieren. Haben wir Journalisten wieder was davon? Wie er da geschossen hat, war er ein bisschen zu persönlich. Es ist doch ganz klar, dass man als ehemaliger Rapid-Trainer und Rapid-Spieler auch den Namen des Sportdirektors nennen darf, wenn die Transferperiode nicht so gelaufen ist. Und man sieht ja, wo es rausgekommen ist. Man kann jetzt nicht sagen, der Galvao hat uns weitergeholfen. Er hat damals in einem Interview gesagt, ja, er hat den Galvao gebracht. Der Galvao spielt bei Ingolstadt. Wir reden von der Saison 18-19. Und da ist kein Spieler im Moment da, der, was uns Rapid in dem Sinn... Sie sprechen immer noch in der Wir-Form. Ja, leider. Dann haben wir sich emotional verankert. Ja, na klar. Das kann man ja nicht weggehen. Ich meine, wenn du zwei längst innen der Trainer bist bei Rapid, der Meister geworden bist, zwei Mal in die Europacup-Phase gekommen bist, auch als Spieler, der ein bisschen was erreicht hat, dann kann man schon auch von der Emotion als Rapid-Spielerin. Aber es ist natürlich... Ich habe nichts persönlich. Das ist doch kein persönlicher Angriff gegen den Fredi. Sondern das ist nur eine Feststellung. Ich denke, er weiß, er ist schon lange nur im Fußball dabei. Und er weiß natürlich auch, wie es im Ausland so geht. Also in Deutschland hat er das jetzt vor ein paar Wochen mitgekriegt, was das sich da abgespielt hat bei Bayern München, weil sich halt dreimal hintereinander verlangen hat. Aber was da für ein Medienecho ist. Das ist halt Rapid. Und ich bleibe halt bei dieser Ding, bei meiner Meinung, dass wirklich diese Kaderzusammenstellung nicht geglückt ist. Ich muss auch dazu sagen, er hat es nach einer Sitzung, jetzt vor zwei Wochen, drei Wochen war das, auch insgeheim ein Ex-Spieler, also auch gesagt, war gesagt, hat sie haben recht. Der Kader passt nicht richtig. Aber man soll ja nicht nur Kritik daran äußern. Es ist ja nur, dass natürlich bei Rapid andere... Es wird halt anders behandelt, Rapid. Und es ist leider halt auch so, wenn man die nationale Tabelle anschaut und du stehst nach 18 Runden so da, mit den zweitwenigsten oder drittwenigsten Tore geschossen, dann kann man nicht sagen, es ist alles in Ordnung oder das hat eh gepasst. Es überdüncht leider dieses Internationale. Natürlich ist das Internationale sehr, sehr wichtig. Aber das ist für mich eigentlich immer nur, ich habe immer gesagt, auch als Trainer damals, das ist das Beiwagel. Das nehmen wir mit, weil man sich für das ganze Jahr dafür geopfert hat, dass man diesen Platz erreicht, dass man international spielen kann. Aber es zählt die nationale Meisterschaft. Und es wäre wirklich fatal, wenn du im Frühjahr spielst, gegen Altmira, Alltag, Matersburg, Innsbruck, Stadt gegen Ostra Wien, Sturm, Red Bull. Und das schaut aber natürlich im Moment ganz danach aus. Eine spannende Geschichte jedenfalls. Vor etwa einer Woche ist an dem Platz, an dem Sie jetzt Platz genommen haben, Rapid-Präsident Michael Kramer gesessen. Ich habe natürlich auch gefragt, wie er Ihre Kritik an Freddy Pickel aufgenommen hat. Und er hat gemeint, alles bereinigt zwischen Ihnen beiden, es hat ein Mittagessen gegeben. Er hat mir nicht verraten, was in diesem Mittagessen so besprochen worden ist. Tun Sie das? Nein, das wäre aber sehr interessant. Michael Kramer und ich, wir haben schon länger versucht, dass wir einmal gemeinsam was unternehmen. Und es ist ja der Kontakt auch nie abgerissen, auch wenn ich von Rapid weg war. Es war immer eine Kommunikation da. Ich verstehe mich auch heute mit Rudle Edelinger wieder gut. Und ja, das sind halt so Momente, so wie es auch Rudle Edelinger damals gesagt hat, nach ein paar Monaten, dass er auch sieht, ein bisschen, dass es ein Fehler war, damals mich zum Entlassen. Genauso sieht es auch der Michael Grame. Er hat in ein paar Interviews schon gesagt, dass die Entlassung vom Zocke damals oder die Trennung von Zocke damals auch nicht glücklich war. Aber es waren beide Entscheidungen, die auf was der Verein ihm gefällt hat. Aber es ist natürlich auch so, wir haben sie allgemein über Rapid und so allgemein über Fußball unterhalten. Und es ist nichts da dabei, wo es nach außen jetzt wichtig wäre. Aber ich befürchte, dass sie da Katzenaccio an den Tag legen. Ich befürchte, dass sie dazu zu abgebrüht sind. Auch mit Freddy Bickel ist ein normales Feld. Es ist ganz normal, dass natürlich bei so einer Tabellensituation nicht immer alles lustig sein kann. Eine Kritik, die sich Michael Grammer explizit immer wieder anhören muss, ist die von der fehlenden Sportkompetenz im Rapid-Präsidium. Sieht auch Sie ein solcher Verfechter dieser These, damit ich es richtig ausbringe. Würden Sie auch für mehr Sportkompetenz im Präsidium explizit plädieren? Ich wäre mir da jetzt nicht. Ich habe den Fehler, glaube ich, schon zwei, drei Mal gemacht, wo man sich selber ein bisschen... Und den Fehler wäre ich hier heute jetzt nicht machen. Also jetzt kein Bewerbungsgespräch. So ist es. Der Verein wird sich seine Gedanken machen. Aber ich denke schon, dass Rapid auch im Gremium, ich glaube, an Günther Kaltenbrunner, an Josef Hickesberger sitzen hat, man hat einen Sportdirektor, man hat jetzt einen Trainer mit langer Rapid-Vergangenheit, der weiß, wie Rapid funktioniert und wie die Fans dicken, wie die Medien funktionieren. Ich denke, da muss der Verein sich entscheiden, wo der Weg hingehen soll. Ist natürlich jetzt mit dieser offiziellen Trennung von Herrn Grammer nächste Saison ist natürlich auch das Problem, okay, man verlängert jetzt den Sportdirektor. Wobei ja diese Klausel, so wie ich es in den Medien gelesen habe, beiderseitig kündbar sind. Ich denke auch, ich vermute auch ein bisschen, dass das auch so... Mit dem neuen Präsidenten, wie wir so jetzt kommunizieren, zumindest. Nicht nur das, sondern auch, es kommt ja jetzt der Winter, man muss ja da jetzt im Winter ein bisschen was planen und es kommt der Sommer. Wenn jetzt herausgekommen wäre, so ist jetzt meine These, wenn jetzt herausgekommen wäre, okay, auch Freddy Pickel verlängert nicht, dann wäre sofort die erste Frage der Journalisten gekommen, ja, wer ist jetzt entscheidend für Sportliche im Frühjahr? Und das wollte man sicher damit vorbeugen und dadurch ist das auch okay und wenn der neue Präsident dann kommt, dann wird man sich dann irgendwie einigen, ob das weitergeht oder nicht weitergeht, aber das ist sicher jetzt nur eine Lösung, um nicht nur eine weitere Baustelle aufzumachen, die was jetzt schon ist mit den Tabellenplätzen. Jetzt muss ich einmal noch auf diesen vorhin angesprochenen Auftritt bei ServusTV zu sprechen kommen. Da hat Peter Parkholt nämlich auch ein bisschen die fehlende Hierarchie innerhalb der Rapid-Mannschaft bemängelt. Ist es aber nicht ein Zeichen der Zeit, dass die Hierarchien, es ist ein geflügeltes Wort und vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber trotzdem flacher werden? Auch Roman Mählich hat das vor kurzem gemeint. Also diese gestandenen Typen, über die man ja immer widerspricht, da werden halt dann Matthäus oder Effenberg genannt oder meinetwegen auch Parkholt oder Kühlbauer, wie sie damals geheißen haben, die scheinen ja doch einer aussterbenden Spezies anzugehören. Ja, das ist einfach der Lauf der Zeit. Weil die, ich sage es wieder so, die nächste Generation nach uns war wieder anders, dann hast du jetzt ja schon die nächste Generation. Und die halt vielleicht nicht mehr in diesen, auch schulisch, muss ich sagen, in der Schule, nicht mehr mehr so auftreten haben können wie mich. Also du merkst ja auch, ich habe das schon in einem Interview erwähnt, ich war zu meiner Zeit damals in der Maroldingergasse, ein sehr talenteter Rapidspieler, er hat aber schulisch oder vom Benehmen her war der halt nicht so, wie man sich es halt gern gewünscht hätte. Soll es geben solche Typen, ja. Und aufgrund dessen ist er von der Schule entfernt worden und hat auch dann seinen Werdegang als Fußballer komplett gebremst, was ich so mitbekommen habe. und das stirbt halt leider aus. Wie soll man das sagen? Alle, die, was ein bisschen vielleicht lauter, frecher sind, das wird alles schon gebremst. Jetzt wird es ja noch schwieriger, weil es ja doch schon viele gemischte Bevölkerung hat. Damit meine ich jetzt nicht, was jetzt vor zwei, drei Jahren passiert ist, sondern was vor 20, 25 Jahren passiert ist. Aber mit der These der flachen Hierarchie innerhalb einer Mannschaft, können Sie trotzdem nichts anfangen? Nein, es sollte trotzdem allem. Ich glaube, in jeder Mannschaft, Sportart, hast du einfach, hast du eine Hierarchie. Und man soll jetzt nicht anfangen, es gibt keine Hierarchie. Es kommt nämlich auch auf die Typen an. Wer ist ein Typ und wer ist kein Typ? Und das sieht man dann oft auch, ich sage zum Beispiel, Andi Dober war für mich zum Beispiel ein Typ, weil der trotzdem alle mit Kritik leben hat, und trotzdem aber weiterhin sein Schmäh oder sein Ding beigebracht hat. Das finde ich auch bei den Journalisten relativ beliebt, weil er immer für einen guten Sager zu haben ist. Absolut. Und es gibt, ich glaube, dass es die Typen trotzdem noch immer gibt, nur vielleicht wird es nicht mehr mehr so in der Masse sein. Aber was ich auch zum Beispiel auch merke, ist, dass diese, ich will nicht immer von der Neuen gehen, aber diese Spieler, diese Neuen Spieler, ich vermisse irgendwo so dieses dieses Gewinnen wollen, das Gewinnen, ich will gewinnen, egal jetzt was ich spiele, ob ich Golf spiele, ob ich Ping-Pong spiele oder ob ich Skifahren will, auch wenn ich es nicht kann, das was vielleicht unserer Generation leichter getan hat. Und natürlich auch, es kommt vielleicht auch natürlich auch dazu, dass du heute nicht mehr diese Spieler hast, die war schon vielleicht im Nachwuchs beim Klub waren oder die war schon länger beim Klub sind, dass da natürlich auch eine gewisse Hierarchie auch dementsprechend nicht mehr so von starten gehen kann, wie es zu unserer Zeit war. Aber weil wir gerade dabei sind, Generationen miteinander zu vergleichen, ich glaube, es gibt da ein Phänomen, das ich mit Ihnen ganz gern besprechen würde, das inhaltlich schon ganz gut dazu passt. Nämlich der Umstand, dass Spieler, sobald sie als Legionäre in Deutschland ein paar Wochen tätig sind, im feinsten, sagen wir mal, Bundesdeutsch daherparlieren. Was ja zu ihrer Zeit, glaube ich, relativ undenkbar gewesen wäre. Also es ist ja nicht vorstellbar, dass ein Kübauer oder Sie persönlich, Sie waren ja auch lange in Deutschland oder ein Herzog meinetwegen, aus Deutschland zurückkommen und dann da irgendwie, verzeihen Sie mir jetzt den Ausdruck, daherpiffgenisieren. Also das heißt, Sie haben ja Ihre Zeit in Deutschland dialektechnisch einigermaßen unbeschadet überstanden. Warum ist das heute so viel anders? Oder ist das vielleicht ein Zeichen der Professionalität? Weil es halt mehr Medien gibt und die Ansprüche außerhalb des Fußballplatzes auch steigen und Sie sich dann halt entsprechend artikulieren müssen? Die Jungen heutzutage. Nein, es ist, wenn ich nur jetzt meinen Werdegang hernehme, okay, bei 60 ist es kein Problem, bei München, da ist von der Sprache her... Die kehren eh zu uns quasi. Wenn ich aber jetzt den Dynamo Dresden hernehme oder Red Bull Leipzig, dort wo Sächsisch gesprochen wird, da muss man natürlich schon anders sich artikulieren. Da kann ich, hat man nicht so jetzt den Wiener Dialekt reden können. Das ist ganz normal. Das ist auch beim Peter Stöger Omen in Köln oder bei Andy Herzog damals einer der ersten Omen in Bremen, den hätten Sie dort nicht verstanden. Also dadurch gewöhnst du dir das an und musst auch so reden. Also wer für mich aber den größten Sprung hat gemacht, war für mich Ralf Hasenhüttl. Also ich kenne den Hase jetzt ja als Spieler, weil wir gemeinsam ja zu unserer Zeit im Nationaldeam gespielt haben und alles. Wie sich der, durch das, dass er halt lang in München gelebt hat, also in Unterhaching, er hat sich komplett dieser deutschen Sprache angelegt. Also bei dem hört man keine Silbe mehr, dass das als Stärmer ist. Das wäre aber die Frage, ob die in Deutschland das auch so sehen. Oder sagen die in Deutschland, was ist das noch immer für ein fürchterlicher Öse-Dialekt? Also klingt das nur für uns so germanisch? Es klingt nur für uns so. Wer komplett die Sprache verloren ist, für mich der Savitzer. Auch ein interessantes Phänomen. Muss ich sagen. Den habe ich das letzte Mal beim Nationalteam reden gehört und ich hätte nicht jetzt gewusst, dass das von Herfried der Sohn ist. Auch gegenüber der Schule. Er hat damals in Leipzig auch gegenüber von mir, also gegenüber von mir gewohnt und damals ein bisschen Kontakt gehabt, aber vom Reden her da war. Aber er hat sich ja jetzt, das letzte Interview, was da bei Leipzig war, der hat sich komplett dieses Sexische angewöhnt, wie man sich das angewöhnen kann. Ist eh schwer. Aber gut, das ist halt, heutzutage ist das halt ein bisschen anders. Man lebt halt anders mit. Das ist ja auch vielleicht der eine Vorwurf, was auch Michael Gramer gesagt hat, wo er gesagt hat, die Spieler, die was vor 30, 40 Jahren gespielt haben, sind ein bisschen stehen geblieben oder nicht diesen angepasst. Mit den modernen Entwicklungen nicht Schritt halten, wie man aktuell im Fußball. Haben Sie sich angesprochen gefühlt? Nein, ich habe mich nicht angesprochen gefühlt, aus dem einfachen Grund, weil ich ja in den letzten Jahren auch in diversen Auslandsstationen war und auch dort gemerkt habe, wie funktioniert dort oder wie läuft dort das Ganze. und ich fühle mich da in den Sinn überhaupt nicht angesprochen. Ich glaube auch nicht, dass sich da bei uns viele Legenden angesprochen haben. Natürlich haben die alle, haben wir ja dort, die, was hat früher gespielt, vielleicht doch ein anderes Empfinden, wenn man auf der Tribüne sitzt oder als wie man ein Spieler war. Weil ich denke auch, und ich sage jetzt, ich rede jetzt nur für mich, ich habe sicher in meiner Karriere mehr schlechte Spiele gespielt wie gute gespielt und ich habe auch nicht alles gewonnen. Also ich nehme mich schon auch so in die Pflicht, dass ich sage, ich habe genug Gurkenspiele abgeliefert und wo die Zuschauer auch nicht zufrieden waren. Aber ich sage natürlich auch so, dass dieses Weiterentwickeln, vielleicht meint er das ein bisschen anders, aber ich sage schon, von der Weiterentwicklung, weil natürlich auch die Spiele heute ja doch auch verwöhnt werden, ich sage jetzt auch in einer Weise, vom Verdienst her, dass da natürlich auch anders Denken ist und anders miteinander. Aber was mich als Trainer jetzt da noch immer reizt, ist einfach das, dass ich meiner Mannschaft beibringen will, Spiele zu gewinnen. Es kann nicht dieses Phasenschweinchen da immer dumm rennen, und das wird man halt schwer reinbekommen, weil das fängt im Nachwuchs für mich eigentlich auch, dass ich im Nachwuchs schon Trainer habe, die was denen Spielern beibringen, wir wollen oder wir müssen Spiele gewinnen. Wenn ich dann immer her, wir dann ausbilden und ausbilden, ja, ausgebildet wirst du ja eh dabei, aber du musst auch diesen Ehrgeiz entwickeln der jungen Spieler, dass du Spiele gewinnen musst, um erfolgreich zu sein. Nur das Dabeisein und Ausbilden, da hapert es ja bei mir ein bisschen. So, das heikelste Thema habe ich mir für den Schluss aufgehoben, die Rapid-Fans. Ich glaube, es gibt ja relativ wenige Persönlichkeiten, die so sehr nachvollziehen können, wie, sagen wir mal, anspruchsvoll die Rapid-Fans sein können, wie Peter Pakul das tun kann. Wie haben Sie denn die jüngsten Vorkommnisse rund um das Darby inklusive Auseinandersetzung mit Polizei mittelebt? Haben Sie eine Meinung dazu? Und wollen Sie die kundtun? Selbstverständlich habe ich eine Meinung dazu. Wenn man ein gewisses Alter hat, darf man auch etwas sagen, ohne dass einer beleidigt wird. Sie sind unabhängig. Nein, man kriegt ja so und so. Man kann es ja heutzutage nicht mehr jedem recht machen. Also auch wenn irgendwo bei einem Verein ein neuer Trainer bestellt wird, werden auch nicht alle 100 Prozent Juhu schreien. Das ist der richtige Trainer. Und genauso darf man halt seine Meinung haben. Ich glaube auch schon, ich habe ja doch in den letzten Tagen etliche SMSen gekriegt, was sich da so alles abgespielt hat. Und ich denke schon, dass da die Polizei auch mit einen großen Fehler gemacht hat mit dieser Einkesselung von diesen von diesen Leuten, weil es waren ja sicher ein Großteil dabei, die, die einfach da mitgegangen sind, weil sie mussten ja diesen Weg gehen und die, die unschuldig zum Handkuss gekommen sind und das Kinder sind und so weiter. Und das mit dieser Ausweispflicht oder ob das nicht ein bisschen überzogen war, weil ich denke schon, dass da die Polizei schon weiß, wo und wer der harte Kern der Rapid-Fans ist, aber dass man dann natürlich jetzt alle über einen kaum schert, das war halt die Tragödie für mich. Und ich denke, dass natürlich auch unter den Rapid-Fans nicht nur Heilige sind, das wissen wir auch. Also das steht ja fest, vor allem, wenn man noch denkt, was natürlich dann gefunden worden ist an so Pyrotechnik und 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 ist natürlich schon ein Heikel und es ist natürlich auch, dass hier auch genauso Fehler gemacht worden sind. Was mich bei dieser ganzen Diskussion jetzt eigentlich am meisten, aber trotzdem stört, ist, dass man auch Seiten vom Verein das Ergebnis, was beim Sonntag passiert ist, das sportliche Ergebnis, total im Hintergrund geraten ist. Das ist halt übertüncht worden. Und das ist für mich, natürlich das eine war ein Wahnsinn, dass man Leute so auf ein paar Quadratmeter da ein, einzwickt, die können nicht auf die Toiletten gehen, nichts zu messen. Aber es gibt ja auch Leute, die was freierer Rapid-Fans sind, sage ich einmal so, und die, die, die da betroffen worden sind, die, was sie dann zu Wort geäußert haben, die, was das eigentlich dann so miterlebt haben. Aber das dann mit das Sportliche komplett in den Hintergrund rennt, weil ich sage, 6-1 im Antavi verlieren, das ist, das ist schon sehr hart, vor allem, wenn man bedenkt, das war in den letzten, was ich will, wie viele zig Jahre die höchste Niederlage, was man überhaupt in Antavi erleidet hat. Und, 50 Jahre der höchste Heinz für die Austerung. dann ist es ja noch, und vor allem, wenn man dann noch ein 6-Punkte-Rückstand hat auf den rettenden, sage ich jetzt, jetzt klingt ja das blöd, rettenden sechsten Platz, wenn man weiß, man beginnt die neue Saison mit einem Heimspiel gegen RB. Also, es könnte ja am ersten Spieltag, ich wünsche es mir, ich hoffe nicht, dass das so passiert, aber es kann ja schon am ersten Spieltag im Prinzip aus sein, weil dann bist du neun Punkte, sollte Sturm Graz in Martersburg gewinnen, dann bist du neun Punkte, jetzt kommt es darauf an, wie St. Pöten und die anderen spielen, aber das ist dann ein Punkteabstand, den was du in drei spielen, da müssen ja drei Vereine mitspielen, dass du das nicht schaffst. es heißt jetzt da eigentlich, dieses 6-1 dementsprechend aufarbeiten, weil du gehst ja mit einer Packung in die Weihnachtspause, die war es ja nicht einfach ist und dass du dann eine sehr gute Vorbereitung hast und dass du natürlich auch dementsprechend gut startest, wobei ja gleich wieder begonnen wird und das stört mich am allermeisten, wenn man andert von dieser Dreifachbelastung da, ja dann darf ich mich halt nicht international bewerben. Das muss das nicht mehr bestreben sein. Aber du hast dann gleich, du fangst dann gleich wieder mit einer englischen Woche an und da muss man halt dann topfit sein, da muss man halt schauen, dass man natürlich den retteten 6. Platz erreicht. Das war jetzt kein besonderlich besinnliches Thema am Schluss, aber ich wünsche Ihnen zumindest trotzdem besinnliche Weihnachten. Ich bedanke mich sehr für den Besuch, es ist mir immer wieder eine Freude und bei Ihnen natürlich auch und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. 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 Wiederschauen.